Ihr PC oder Ihr Notebook hat einfach nicht genügend serielle Schnittstellen? Dann ist der Center Adapter genau das Richtige für Sie. Einfach den Adapter mit einem USB-Port des Notebooks verbinden und schon haben Sie eine weitere serielle Schnittstelle frei, an der Sie Drucker, serielle Modems oder ähnliches anschließen können. So ist mit einem Handgriff und für wenig Geld auch ältere Hardware wieder einsatzbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017